Herzlich Willkommen bei Frau Dr. Rübka. Die Praxis befindet sich im zweiten Stock in einem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude an der Bahnhofstrasse in Aarau. Sie erreichen uns zu Fuss in kurzen zwei Minuten ab dem Bahnhof. Eine grosse Auswahl an Parkplätzen ist in der gesamten Umgebung vorhanden. Neben den Ausmessgeräten für Augen und Brillen beim Empfang verfügen wir auch über einen Raum für Orthoptik, also zur Schulung für besseres Sehen. Gesichtsfeldprüfungen werden in einem kleinen Dunkelraum durchgeführt. Frau Dr. Rübka ist operativ als Belegärztin in der Klinik Pallas in Olten tätig. Dort führt sie vor allem Katarakt-Operationen, besser bekannt als grauer Starr, Glaukom-Operationen, auch bekannt als grüner Starr, wie auch diverse Lasereingriffe durch. Bei uns werden Kinder ab Säulingsalter bis zu hochbetagten Seniorinnen und Senioren betreut. Ein Treppenlift ist vorhanden. Fachärztlich möchten wir Sie an dieser Stelle kurz auf die Glaukomvorsorge hinweisen. Ab dem 40. Altersjahr legen wir allen die präventive Untersuchung ans Herz, da sich das Glaukom über Jahre mit keinem Symptom bemerkbar macht. Man empfindet keine Schmerzen und sieht im Allgemeinen gut. Die Krankheit kommt über Jahre schleichend. Bei nicht rechtzeitigem Erkennen mit entsprechender Behandlung führt sie jedoch unweigerlich zur vollständigen Blindheit. Reagieren Sie deshalb rechtzeitig. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Zuschauer stärken denn die Krankheit zu sein? jammer 65 warz Maf Profi 3 minut 1 Was Vad você surprised bolt